Herzlich willkommen zu dem Tutorial über den Aufbau einer Bakterienzelle. Hier seht ihr den Aufbau eines Bakteriums. Das Besondere an einer Bakterienzelle ist, dass sie wirklich nur aus einer einzigen Zelle besteht. Und diese eine einzige Zelle, die ist auch nur wenige tausendstel Millimeter groß. Allen Bakterien ist gemeinsam, dass sie keinen Zellkern besitzen. Wir beginnen nun damit, die einzelnen Bestandteile der Bakterienzelle und deren Funktion zu beschriften. Ihr seht hier schon überall so kleine schwarze Linien. Die sind dann für die späteren Bestandteile und deren Funktion da. Wir beginnen mit der Erbsubstanz. Die Erbsubstanz befindet sich hier in der Mitte des Bakteriums als gewundener Faden mitten im Zellsaft. Auf ihr speichert das Bakterium die gesamten Erbinformationen. Das was hier rosa dargestellt ist, das sind die sogenannten Zelleinschlüsse. Das können irgendwelche beliebigen Stoffe sein, die kurzzeitig oder auch längerfristig in der Bakterienzelle eingeschlossen werden. Dieser hier kreisförmig dargestellte Bestandteil ist ein sogenanntes Plasmid. In diesen Plasmiden können die Bakterien zusätzliche Erbinformationen tragen, aber das ist jeweils nur recht wenig Erbinformationen, die in so einem Plasmid gespeichert werden kann. Das heißt, eine Bakterienzelle kann hier in der Erbsubstanz die Erbinformationen speichern und zusätzlich noch verteilt in den Plasmiden. Nach außen hin wird die Bakterienzelle von einer festen Zellwand abgegrenzt. Früher dachte man, dass die Bakterien eigentlich zu den Pflanzen gerechnet werden, weil nur Pflanzen echte Zellwände besitzen. Die Bakterienzellwand unterscheidet sich jedoch stark von der in der Pflanzen. Sie besteht nämlich nicht aus Zellulose, sondern aus Zucker- und Eiweißbausteinen, die netzartig miteinander verbunden sind. Manche, jedoch nicht alle Bakterien, besitzen an einer Seite sogenannte Geiseln. Mit diesen Geiseln kann die Bakterienzelle sich fortbewegen. Diese Geiseln müssen nicht immer auf der einen Seite sitzen, sie können auch auf der anderen Seite sitzen oder auch rund um die Bakterienzelle angeordnet sein. Die Geiseln bewegen sich dann so peitschenförmig auf und nieder und dadurch wird die Bakterienzelle in eine Richtung gelenkt. Der gesamte Innenraum einer Bakterienzelle ist vom sogenannten Zellplasma ausgefüllt. Dieses Zellplasma, das füllt die komplette Bakterienzelle aus und das fühlt sich an wie so ein zähflüssiger Saft. Hier an der Seite der Bakterienzelle erkennt man eine sogenannte Membraneinstülpung. Es kann jetzt sein, dass die Bakterienzelle hier gerade irgendwelche Stoffe in ihr Körperinneres aufnimmt. Da entsteht dann erst so eine kleine Einfaltung oder Einstülpung und später wird es hier wieder verschlossen mit der Zellwand und der Zellmembran und dann sind die Stoffe hier im Inneren der Bakterienzelle eingespeichert. Hier als kleine dunkle Punkte dargestellt sind die sogenannten Ribosomen. Die befinden sich vereinzelt im Zellplasma und sie haben die Aufgabe Eiweiß zu produzieren. Das sind sozusagen die Eiweißfabriken der Bakterienzelle. Hier gelb dargestellt sind die Speicherstoffe. Die Bakterienzelle kann verschiedene Stoffe in ihrem Zellinneren speichern, fette Kohlenhydrate, um sich später zum Beispiel davon ernähren zu können. Zwischen der Zellwand außen und dem Zellplasma im Inneren liegt eine ganz dünne Haut, die sogenannte Zellmembran. Sie grenzt einfach das Zellplasma jetzt von der Zellwand ab. Zum Schluss seht ihr jetzt nochmal hier eine Zusammenfassung aller wichtigen Begriffe, die wir in dem Tutorial gelernt haben. Die Erbsubstanz, die die Erbinformation trägt. Die Zelleinschlüsse. Die Plasmide, welche zusätzliche Erbinformationen enthalten können. Hier außen rund um die Bakterienzelle herum die Zellwand, die sehr fest ist. Die Geiseln, welche die Bakterienzelle fortbewegen können. Denkt daran, nicht jede Bakterienzelle besitzt auch Geiseln. Im Inneren das zellflüssige Zellplasma. Hier an der Seite die Membraneinstülpung oder auch Membraneinfaltung, wo eben gerade irgendwelche Stoffe in das Bakterium aufgenommen werden. Die Ribosomen, welche Eiweiß produzieren. Speicherstoffe, zum Beispiel Fette oder Kohlenhydrate. Und zwischen Zellplasma und Zellwand die Zellmembran, diese dünne Haut hier. Danke. Danke. Danke.